Ah, Huokamis und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder mal in Star Stable Online. Und ja, ich wollte mal mit euch über Dinge reden, die Star Stable uns verbietet zu sagen, beziehungsweise zu schreiben. Die liebe Leni East Steel hat sich gewünscht, dass ich mir ein Urferd schnappe für das Video, also sitze ich jetzt hier auf Partygirl mit einem, naja, eher weniger matchy Outfit. Aber naja, ich dachte mir, komm, schmeiß da einfach irgendwas schnell zusammen. Denn wir hatten diese witzige Idee für dieses Video, in dem ich, wie gesagt, darüber reden möchte, was Star Stable so zensiert, was teilweise vollkommen unnötig zensiert wird. Und teilweise sogar Wörter sind, die Star Stable selber, ja, ich will nicht sagen erfunden hat, aber selber benutzt. Also, ich habe hier mal eine Gruppe gemacht, wo ich jetzt alleine drin bin, weil ich ziemlich viele Sachen schreiben werde, die jetzt nicht unbedingt jeder lesen muss. Und wir fangen gleich mit dem ersten und größten leidigen Thema an. Man kann Zahlen nicht schreiben. Hier 1, 1, 1, 2, 3. Man kann keine Zahl schreiben. Was man schreiben kann, ist 1. Live zum Beispiel... Nein, das auch nicht. Nee, Sand 1 war es, genau. Sand 1? Auch nicht mehr. Was ist denn hier los? Man konnte aber mal 101 Dalmatina schreiben. Ja, das geht noch. Genau. Also, es gibt ein paar Kombinationen, in denen man Zahlen schreiben kann, wie zum Beispiel auch hier Pier 13. Allerdings, so Zahlen schreiben kann man nicht, was ich persönlich echt problematisch finde. Ich kann zwar verstehen, dass Star Stable verhindern möchte, dass Leute ihre Handynummer rausgeben, aber ganz im Ernst, das kriegen die auch so hin zur Not, äh, schreiben die, hey, wie heißt du auf Insta? Ähm, gib mir mal da deinen Namen und dann schreiben die da und tauschen da die Handynummer aus. Also, ich finde dieses System, damit die Handynummer Austauscherei zu verhindern von Star Stable, geht nicht wirklich auf. Es erschwert einem nur das allgemeine Leben. Wie oft kommt es vor, dass jemand fragt, hey, welcher Server ist das? Welches Level braucht man für ein bestimmtes Pferd oder um ein, äh, bestimmtes... Nee, oder? Okay, geh weg, geh weg! Ich hab doch noch ein paar Zahlen geschrieben. Oh mein Gott, okay, ist okay. Okay, das war zum Glück nur eine Warnung. Okay, wow. Wegen den paar Zahlen jetzt hier, wirklich? Oh Mann. Okay, ja, sorry Star Stable, ich schreib keine Zahlen mehr. Ich hab's begriffen, sonst krieg ich hier nachher noch ein Chatband und das wird das ganze Video zerstören. Dann müsste ich nämlich bestimmt wieder fünf Tage warten, bis ich weitermachen könnte mit dem Video. Darauf hab ich keine Lust. So, was sollte ich demnächst lieber auf Ilver Steerwurfs Account machen. Da passiert mir das dann nämlich, äh, beziehungsweise da kann mir das dann ruhig passieren und ich kann dann zur Not hier weitermachen. So, ähm, ja, nochmal zurück zu den Zahlen. Ich finde, wie gesagt, auch wenn man fragen möchte, wie viel kostet ein Pferd? Ähm, ja, man kann es einfach nicht fragen, weil es niemand wirklich beantworten kann. Zahlen werden dann so richtig kryptisch geschrieben mit Xen dazwischen. Es werden Vokale rausgelassen. Also, man sieht da die verrücktesten Sachen und im Endeffekt kriegt man es irgendwie raus, aber es ist sehr, sehr umständlich. Und da würde ich mir von Starstable persönlich wünschen, dass sie das einfach mal ein bisschen ändern würden. So, dann das nächste Wort, was ich ganz lustig finde. Ich hoffe wirklich, ich krieg jetzt kein Chatband, weil ich das schreibe. Ihr seht es hier unten. Einsiedler. Das ist der Mann, der hinten in den Südhof wohnt. Und er wird genauso geschrieben. Jetzt sende ich das mal und zack, es geht nicht. Man kann es nicht schreiben. Entweder, weil Starstable sagt, Einsiedler ist eine Beleidigung wie Hinterwäldler oder irgendwie sowas. Oder weil da das Wort Eins drin ist. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, Starstable wäre cool, wenn ihr das behebt. Dann gibt es ja, Sekunde, das zeige ich einmal hier. Abholservice. Das versuchen wir jetzt auch einmal zu schreiben. Abholservice. Geht auch nicht. Und da frage ich mich, wieso? Jemand steckt irgendwo fest, ruft Hilfe. Hey, wie komme ich hier wieder raus? Und du willst ihm sagen, hey, nutz den Abholservice. Nö. Nutz den. Piep. Gibt es nicht. Starstable sagt, nein, das darfst du auch nicht schreiben. Warum das zensiert wird? Ich habe echt keine Ahnung. Moment. Ist da irgendeine Zahl drin? Weiß. Vielleicht wegen Weiß oder irgendwas. Nee, sonst kann ich, ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären, warum es verboten ist. Ich denke, wegen Weiß, es gibt eine App, die so heißt und den Starstable. Es ist ja generell verboten, Namen von irgendwelchen Apps zu schreiben. Genauso wie Discord, Instagram, Facebook. Oder hast du nicht gesehen? Genauso wie Handy und Nummer und sowas. Wobei Handy und Nummer finde ich noch okay. Meine Güte, soll es halt zensiert sein. Ist ja in Ordnung. Aber das Zahlen dann, wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon abgehakt. Ja, das sind einfach so ein paar Wörter, die Starstable uns nicht erlaubt zu schreiben. Auch wenn man mal auf Klo muss und schreiben will, ich muss kurz Pipi oder so. Pipi zensiert er tatsächlich auch. Ähm, ja. Dann sowas wie, ach, keine Ahnung, Boyfriend und sowas. Auch lustigerweise, man kann zum Beispiel, glaube ich, schreiben, ich bin Erste, wenn es zum Beispiel ums Championat geht. Dafür bin ich jetzt, glaube ich, freigeschaltet. Aber sowas wie erstes Mal geht nicht. Wegen dem ersten Mal. Aber wenn man jetzt schreiben will, ich war das erste Mal, keine Ahnung, auf einer Achterbahn. Nee, kannst du auch nicht schreiben. Habe ich tatsächlich auch festgestellt, weil ich schreiben wollte, ich habe das erste Mal, irgendwas hatte ich da gemacht. Das erste Mal irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war. Jedenfalls irgendwas. Total die Premiere für mich und ich wollte das anderen mitteilen. Und dann das Piep, Piep für mich, dass ich irgendwas gemacht habe. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, cool. Danke, Star Stable. Wofür war das jetzt? Genauso wie diese Warnung eben. Meine Güte. Das ist echt schwierig. Also, naja. Wie seht ihr das Ganze denn? Ich weiß, das ist jetzt heute nur ein relativ kurzes Video. Aber erzählt mir doch mal eure Meinung dazu in den Kommentaren zu diesem ganzen, ja, Zensieren von Star Stable. Fallen euch noch andere witzige Wörter ein, die von Star Stable zensiert werden, dann gerne in die Kommentare damit. Das würde mich brennend interessieren, was ihr da noch so für lustige Dinge gefunden habt. Wenn das noch genug wird, dann mache ich vielleicht nochmal eine zweite Folge hiervon. Wobei, ich hoffe jetzt mal nicht, dass es so viel wird. Das wäre echt traurig für Star Stable. Aber ja, wir kennen ja die leidigen Probleme mit Star Stable. Und ich wollte da heute mal ein bisschen drauf aufmerksam machen. Ich weiß nicht, vielleicht, eher unwahrscheinlich, aber vielleicht sieht das ja irgendjemand vom Team Star Stable und denkt sich, Hey, man könnte ja wenigstens, um die Preise von Pferden schreiben zu können, einen dreistelligen Betrag in Zahlen schreiben lassen. Wie gesagt, die Handynummern gehen eh durch. Das ist echt kein Ding in Star Stable. Das ist halt nur ein bisschen mühseliger. Macht aber auch das ganze andere Geschreibe einfach mühseliger. Ja. Gut, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Okamis. Ahu!